Wir sind hier auf einem Pferdenhof und wir haben hier recht schwere Güter zum transportieren. Das sind grosse Heubahle oder wir müssen ein Sagmaul umeinander transportieren. Überzeugt hat mich eigentlich die Vielfältigkeit des Anwandtes. Er ist sehr vielseitig und man kann ihn auf dem ganzen Hof einsetzen. Er ist kompakt, er ist klein, er ist sehr wendig, man kann in die Stallgasse fahren, man kann bis 1,5 Tonnen schwere Sachen transportieren, er ist sehr vielseitig einsetzbar. Der Service von Guyerland ist sehr sehr gut, ich fühle mich dort gut aufgehoben, sie sind hilfsbereit. Mit jedem Problem, das ich in technischer Art habe, kann ich zu ihnen gehen und bin sehr gut beraten. Das ist ein Wichtigeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses